Ich war ja hergekommen hier, um das weltbeste Kinder- und Jugendtraining zu finden und ich habe hier heute das zweitbeste Training der Welt gefunden. Das heißt aber für mich, ich muss noch weiter suchen, aber du hast das zweitbeste Training der Welt gemacht. Dann wünsche ich dir noch viel Glück und viel Erfolg bei der Suche, aber wir sind natürlich stolz hier das zweitbeste zu haben. Alles klar, danke schön, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss. Nη